Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es nach dem Abstieg erneut an den so schwarzen Tag in der Vereinsgeschichte kommt. Wir können uns nur in aller Form entschuldigen, dass er zu den technischen Problemen gekommen ist. Die Stabilität des WLANs lässt trotz intensiver Bemühungen und rausgeganger Testläufe aktuell keine elektronische Abstimmung zu. Unsere Dienstleister sind leider nicht in der Lage, das WLAN kurzfristig wiederherzustellen, damit eine Stabilität der Abgebung erheiratet ist. Uns bleibt daher keine andere Wahl, als festzustellen, dass es nicht möglich ist, die Versammlung ordnungsgemäß fortzuführen. Wir müssen die Versammlung des WI-Sers gerne abbrechen. Wir müssen die Versammlung des WI-Sers gerne abbrechen. Selbstverständlich werden wir unverzüglich eine neue Mitgliederversammlung eingerührt. Die Tagesordnung wird selbstverständlich alle Punkte umfassen, die wir heute nicht behandeln konnten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.